Guten Morgen! Wir haben heute Karfreitag. Heute ist der dritte, vierte Karfreitag ist heute. Und ich habe mir gedacht, ich drehe übers Osterwochenende ein kleines Follow-me-around für euch. Über die Osterfeiertage halt und es wird halt nicht unbedingt viel passieren, denke ich mal, für uns. Aber noch ein bisschen was. Tino hat ja auch Geburtstag am Sonntag und dann wird so ein bisschen was machen. Ja, Tino auch schon wach. Ich mache jetzt Frühstück. Der Wasserkocher kocht schon. Ich hole den auch schon im Ofen. Ich mache halt noch Kaffee. Küche muss ich aufräumen. Ich muss Kuchen machen morgen. Ja, ich habe einfach Marmelade mitgebracht. Frauen denken beim Einkaufen immer an alles, die Männer ja glücklich sind. Aber dass die Männer mal an uns. Die haben hier auch leeres Glas im Kühlschrank. Das schaffen wirklich nur die Männer. So, ich stelle euch mal ab. Kaffee, wo ist mein Kaffee? Verkauft. Du bist gleich in die Flanke. Gestern noch Kaffee mitgebracht. Komischerweise bei uns im Nachbarort war der Mann ein Angebot hier. Das ist ein sehr guten Morgen Kaffee. Das trinken wir mal ganz gerne. Und Tino möchte Knopf drücken. Wie immer. So, wir machen erstmal schön Frühstück. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen als mit Tinos Geburtesgeschenk noch fertig machen für heute. Das werde ich euch nachher noch ein bisschen zeigen wahrscheinlich. Und dann gucken, was noch kommt. Erst aufräumen. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Das Wetter ist nicht so berauscht, weil dann ein bisschen spazieren gehen mit dem Kleinen nachher. Aber ich glaube, so wie das aussieht, wird das wohl heute nichts mehr werden. Das ist Piepsen, meinte ich. So, das ist doch Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Mein Tank war alle. So, die gleiche. Jetzt, also drücken. So, ich bringe immer was mit das Leiste. Ja, ich drehe nachher wahrscheinlich noch ein Video zu meinen Geburtstagsgeschenken ab. Ja, mein Geburtstag ist jetzt schon anderthalb Monate, fast zwei Monate her. Und ich habe es nicht geschafft, die Sachen vorher abzudrehen. Beziehungsweise ich habe es schon geschafft, nur ich hatte nicht wirklich Lust dazu. Wir hatten privat ein bisschen viel Stress. Heiko hat einen anderen Job jetzt. Der hat vorhin nur noch Nachtschichten. Was für mich jetzt ein bisschen günstiger ist, als wenn er wirklich andere Schichten macht. Da, wenn er was früh kommt, der kann die Kleine immer in die Kita bringen. Ich mache ihn falsch, er bringt ihn weg. Und er schläft dann halt, wenn er in der Kita ist. Ich bin halt arbeiten oder mache halt den frühesten Haushalt. Und nachmittags auch jemand immer für Tino da. Und das ist für mich auf alle Fälle immer günstiger gewesen bis jetzt. Aber die Nachtschichten sind doch ganz schön anstrengend. Und er ist auch sehr oft etwas schlecht gelaunt. Aber da muss ich durch. Ja, da muss ich etwas durch. Aber das kriegen wir schon hin. Ich werde nachher das Video wahrscheinlich abtrennen. Ich hoffe, dass ich nachher zukomme. Ich werde es sicherlich nachher machen, wenn Tino im Bett liegt. Tino möchte Müsli. Tino möchte Müsli! Tino möchte Müsli! Soll ich euch mal unser Wetter draußen zeigen? Das riecht nicht toll. Guckt mal, ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft, endlich mal eine Gardine anzubringen. Und hier hat Heiko von Lidl mal gekauft, es endlich anzubringen. Ich habe es geschafft! Zum Wohnzimmer hängt es auch so. Ich zeige euch mal unser Wetter. Tino ist gut. Ach du Scheiße. Das ist ja ein richtig geiles Wetter. Das am Karfreitag. Das am Karfreitag. Und ich wollte eigentlich leider mit Tino spazieren gehen. Aber ich glaube, daraus wird nicht so, wie es aussieht. Ja, vor ein paar Wochen habe ich ja dieses Spielhaus bei Aldi gekauft. Ich fühle mich jetzt gerade durch die Gegend. Und das muss ich jetzt noch fertig machen. Mama! Ja, Mama! Ist gut, Tino! Ist gut, Schatzel! Ja! Und wenn ich jetzt noch fertig mache, Tino geht es nämlich zum Geburtstag. Er hat jetzt nur die Pappe gesehen gehabt. Warte mal. So, genau. Da ist der Rest dazu. Die gehen wir immer wieder im Klappzimmer rum. Die sind ja seine ganzen Geburtstagsgeschenke. Das ist hier einmal das Haus. Das ist eine Seite. Da kann man das aufklappen. Und dann kommen da noch zwei Seiten. Ja, also zwei Seiten habe ich schon halb fertig. Und wie gesagt, die Seite hier ist noch gar nicht bemalt. Und die andere Seite genauso wenig. Und das muss ich jetzt alles in zwei Tagen versuchen noch zu schaffen. Ich hoffe, ich schaffe das. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Denn es lässt sich ganz doof malen, weil das so eine ganz doofe Pappe ist. Kann ich jetzt mal zeigen, wartet mal. Ich habe jetzt dieses halb fertige jetzt hier schon wieder die Hintergrundfilter bloß noch. Bei dem. Und wenn ich es rumdrehe, habe ich auch schon größtenteils alles fertig. Und da seht ihr hier ganz genau, wo die Pappe langläuft. Das sieht man auch ganz schön an den Papageien hier, wo noch schon die Pappe langläuft. Und da muss man echt aufpassen, dass man nicht das solle aufdrückt. Und in diese ganzen schönen Streifen hat. Das ist echt total blöd mit Malen. Aber okay, ich habe es halbwegs hinbekommen. Sagt, hier sieht es schon schön bunt aus. Und den Rest muss ich noch machen. Und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Das ist echt sehr viel. Und es sind echt sehr viel Zeit in Anspruch. Da ich mir doofen Nuss Wachsmalstifte ausgesucht habe zu malen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Und die lassen sich ganz bescheiden malen. Ich will es aber nicht mit anderen Stufen weiter malen. Weil richtige Buntstifte habe ich auch nicht wirklich da. Und meine guten will ich dafür nicht unbedingt nehmen. Ich habe welche von Faber Castell. Die wollten nicht unbedingt dafür nehmen, da wirklich sehr viel Stift dafür drauf geht. Heiko und Tino sind. Mal gucken. Ich glaube, die sind glaube ich im... Ach, der Fernseher läuft mal wieder. Ah, ich höre aus dem Kinderzimmer. Die sind im Kinderzimmer. Und ich glaube, die machen Windel. Wir schauen mal. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ein Nacktsfrosch. Oh je, das nennt man Kinderzimmer. Denn Tino räumt jeden Früh das alles aus. Abends ist alles wunderbar und Kisten geräumt und frühmorgens sieht das Ganze so aus. Ja. Wunderbar. Bettzeug muss ich noch wegräumen. Das liegt hier noch von Isabelle. Jetzt muss ich mal im Bettkasten gucken, wie wir es da reinbekommen. Ja. Dort da hinten, das sind... Wo ist der große Hund hier drin? Nee, eigentlich nicht, Schatzi. Wo ist der Hund da drin? Äh, wir haben alle Socken. Das weißt du doch. Die Haare noch ganz doll. Das da hinten sind ursprünglich 200 Bälle. Davon sind aber Gott sei Dank schon ein paar kaputt und welches noch schon verschwunden. Vorwiegend sind da wirklich 200 Bälle. Ich zeige euch mal sein Bett. Ja. Das Bett ist... Abends sind da wirklich nur sein Kopfkissen und seine Bettdecke und zwei Kuscheltiere drin. Und jetzt könnt ihr mal sehen, da ist Spielzeug. Gummistiefel. Äh, wir suchen mal weiter. Ja. Spieluhr. Eimer. Schuhe. Eine Hose. Chopper. Noch ein Gummistiefel. Wir kramen weiter, dass wir noch so schönes finden. Stofftiere. Ein Pinguin. Noch mehr Schuhe. Decke. 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 Einen zwei Meter großen oder anderthalb Meter großen Teddybären. Ja. Das Bett ist voll. Ja. Das Bett ist, äh, sehr voll. Wie man sieht. Und das Bett hier nur normalzustand. Jeden Morgen geht das bei uns so. Wir räumen alles abends in Kisten rein. Die ganzen Kuscheltiere. Das ist alles in Kisten drin. Und für morgen sieht das echt so aus. Ja. Einer Krosch hoch. Wir fliehen Kuscheltiere. Ich hab mit Kuscheltieren aufgeworfen. Mit Klamotten. Aufweier. Hier, Tino. Hier. Bring's Papa. Bring's Papa. Das ist dreckig. Ja, meine Haare sind, äh, wieder dunkel, wie man sieht. Dunkler. Ich bin viel etwas heller geworden, da ich sie mehrmals waschen musste jetzt schon. Von Länge haben wir nicht viel abgeschnitten. Nur ein bisschen, da ich sie wieder etwas wachsen lassen möchte. Malen bin ich jetzt etwas vorangeschritten. Aber wirklich auch nur ein kleines bisschen. Nicht wirklich viel. Ich mach jetzt Mittagessen. Bei uns gibt's heute Milchreis zum Mittag. Ich hab dazu hier diesen ganz normalen Milchreis von Kaufland. Und da mach ich ein paar Zimtstangen mit rein. Und so haben wir unseren eigenen Zimt-Milchreis. Und dann gibt's auch Absinniges dazu. Wir haben jetzt Mittag gegessen. War super lecker. Tino hat vorher schon geschlafen gehabt. Er hat sich ein Brötchen und seine Milchflasche gekrallt und hat sich ihn ins Bett gelegt. Er wollte nicht warten, bis der Milchreis fertig war. Tino halt. Heiko schläft jetzt auf der Couch. Er ist eingeschlafen. Oh na, da kam er von Nachtschicht vorhin. Und ich bin jetzt hier im Schlafzimmer und werd jetzt hier noch ein bisschen mahlen. Er sollte eigentlich im Schlafzimmer schlafen. Er sollte eigentlich bei Tino schlafen, wenn ich im Schlafzimmer Ruhe malen kann, da das wirklich sehr groß ist. Und ich das halt hier am besten hinlegen kann, da unser Esstisch auch dafür etwas klein ist. Und das Bett macht sich dafür halt am besten zu malen. Er hat eigentlich bei Tino schlafen, aber zur Couch eingeschlafen lass ich ihn da jetzt auch schlafen. Ich will jetzt hier noch ein bisschen mahlen. Mal gucken, wie weit ich noch komme. Ich habe eben gerade das Video zu meinen Geburtstagsgeschenken abgedreht. Und das wird sicherlich nachher kommen noch. Und ja, das Video wird dann erst nach Ostermontag kommen. Ja, ich habe nur ein bisschen gemalt. Bin, naja, nicht wirklich weit, aber doch etwas vorwärts gekommen. Ja, Tino hat relativ lange geschlafen. Habe jetzt so schnell nicht nochmal wirklich gedreht gehabt, da ich nicht so wirklich gut drauf war gerade. Dann, wo ich Tino wach gemacht habe, hat er eine, ja, heiß geliebte Kassette von mir kaputt gemacht. Und da war ich jetzt erstmal sehr traurig. Wir haben auch versucht, die wieder zu finden bei Ebay und haben sie auch gefunden. Mal gucken, ob wir die noch kriegen. Ja, da jetzt passiert nicht mehr wirklich irgendwas jetzt bei uns. Heiko ist jetzt gerade duschen. Tino liegt jetzt schon im Bett. Wir haben es auch schon um 7. Und ich werde jetzt noch das Video für mein Geburtstagsgeschenk zusammenschneiden. Und dann machen wir uns noch einen schönen Abend. Hallo, wir haben heute Samstag den 4.4. und ich bin jetzt auf dem Weg nochmal einkaufen. Denn ich wollte nur ein paar Ostereier färben und dazu brauche ich noch ein paar Eier. Ich habe zwar schon welche gefärbt, aber es sind nicht allzu viele. Und da wollte ich jetzt noch welche nachfärben. Ich werde jetzt nochmal schnell einkaufen, Eier holen. Und ein bisschen Brot brauchen wir jetzt noch für Sonntag und Montag. Das leider auch wieder mal alle, weil Tino das meiste wieder mal an die Hunde verfüttert, was ja wieder mal nichts Neues ist. Eier färben. Ich wollte eigentlich mit meiner Freundin nachher noch shoppen fahren. Weil die auch die Lederjacke haben möchte. Aber die hat mir dann geschrieben, dass es dann nicht funktioniert. Ein Kumpel muss sich für heute Abend absagen. Wir wollten heute Abend eigentlich Party machen, weil der heute Geburtstag hat. Aber da Heiko ja nachher arbeiten muss nochmal, zumal dass die Nacht nochmal arbeiten muss, zur Nachtschicht, muss er, naja, auf Tino aufpassen. Also geht das schlecht. Ah, mein Papa, was macht der denn da? Haha, auch nicht schlecht. Mein Mann hat mich eben nochmal zu Hause aufgezogen, weil ich eigentlich rumlaufe, wenn ich immer rumlaufe. Wenn es draußen schönes Wetter ist, quasi wenn Lederjacken Zeit ist, wenn es nicht mehr so kalt ist und ich kann die endlich anziehen, habe ich immer meine Lederjacke an. Die ganzen Jahre schon. Und er tippt jetzt voll auf, weil er meint, das ist voll Tribute von Panem. Und dann sage ich, hey, ich laufe immer so rum. Ich bin nun mal halt voll Lederjacken-Fan. Das ist nun mal so. Und da wird sich sicherlich auch nichts dran ändern. Und da habe ich auch meine braunen Stiefel dazu rausgekramt, die auch genau... Ich passe dieses Auto geholt. So, das zweite Mal aufgestellt. Wir haben meine braunen Stiefel wieder rausgekramt, die wirklich genau so zu der Jacke passen. Und daher... Könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr dazu meint. So, wieder zu Hause angekommen. Habe jetzt dreimal Eier geholt und Brot und Brötchen. Für die nächsten Tage. Eier fahren wir jetzt auch noch. Zeige euch dann mal ein bisschen, wie ich die mache. Und zeige euch mal mein Outfit, wie ich euch versprochen hatte. Und dann könnt ihr mir ja mal eure Meinung dazu sagen. Ob ihr der gleichen Meinung seid wie Heiko. Ob das sehr von Tribut von Panem ist. Was ich glaube, ja, etwas ist. Aber ich laufe halt immer so rum. So. Wieder das mal ein bisschen. Ich habe halt hier meine braune Leerke an. Die ich die ganzen Tage jetzt auch sonst immer anhabe. Nur die nicht, sondern halt meine andere. Habe halt einen ganz normalen Pullover drunter mit so Sternen drauf. Eine schwarze Leggings und meine... Und braune Stiefel. Man kann es leider nicht so gut erkennen. Doch so ein bisschen. Die Stiefel sind halt genauso im Braunton wie die Jacke. Und kriegen wir es mal ganz. Ja, sieht zwar unser Bett ein bisschen so. Ja gut, es sieht ein bisschen danach aus. Aber ich laufe halt immer so rum. Wir haben es jetzt um fünf. Ich habe vor einer Stunde aufgehört Eier zu machen. Beziehungsweise unterbrochen Eier zu machen. Da es einfach sehr lange dauert. Und das Wachs muss erst auf die Eier drauf gebracht werden. Dann werden die Eier gefärbt. Und dann muss das Wachs wieder entfernt werden. So sehen die dann ungefähr aus. Das Wachs jetzt noch drauf. Und das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich habe gerade mal einen Pack mit zehn Eiern gerade mal geschafft. Komplett fertig zu machen. Und habe jetzt... Hat unterbrochen. Habe jetzt Essen gemacht. Habe so eine Abwandlung vom Gulasch gemacht. Mit Pilzen und Kartoffeln dazu. Werden wir jetzt essen. Und dann wird sicherlich hier vielleicht wieder schlafen gehen. Da er eben auch schon geschlafen hat. Dann ist nämlich mit Heiko auf der kleinen Couch im Kinderzimmer eingeschlafen. Das sind jetzt hier schon fertige Ostereier. Hier ist schon kein Wachs mehr drauf. Kann ich dir euch mal... Schon nochmal schöner zeigen. So sehen die halt dann fertig aus. Ja, der Wachs ist hier schon wieder festgeworben. Und dann wieder erweichen. Damit man weiter malen kann. So, unser Essen. Gulasch und Kartoffeln. Mhhh. Hier ein Tuch. So. Das wird lecker. Jetzt einfach bloß Gulasch angebraten. Mit Pilzen. Und ein bisschen Senf und Ketchup dran. Und dann noch ein bisschen saure Sahne. Und ein bisschen abgeschmeckt Pfeffer und Salz. Jo. Lecker. Du willst was draufhangen? Mhm. Ja, Abendbrot haben wir jetzt gegessen. Es ist grad ein bisschen dunkel. Wir liegen jetzt schon im Bettchen. Und kuscheln. Na mein Schätzchen. Und kuscheln alle miteinander. Heiko wartet jetzt noch auf den Anruf, wann er jetzt nachher anfangen muss. Und ja. Keine Lust. Ja, das glaub ich. Und ich werde nachher sicherlich, wenn Heiko weg ist und Tino im Bettchen ist, noch ein bisschen die Ostereier fertig machen. Tinos Geburtstagsgeschenke für morgen noch einpacken. Der Herr hat grad nen Fernseher ausgemacht. Sehr schön. Nix Neues. Und nur Tino? Tino, komm mal her, komm. Komm mal her. Komm mal her. Ja. Guck mal. Ja. Kuschel, kuschel. Kuschel, kuschel. Ja, heute mit Bobby. Sonst schaffen wir es eigentlich immer ohne. Aber der hat heute keinen Mittagsschlaf gemacht. Hat die ganze Zeit in seinem Kinderzimmer nur rumgespielt. Bett raus, Bett rein. Sie haben die Bücher aus der Schränke geholt und allem drum und dran. Und ja. Dadurch ist er jetzt ganz schön müde. Ist aber dafür noch ne Stunde geschlafen. Wenn ich keine Schlafzeit mehr war. Nicht wahr, mein Schatzi? So, wir haben jetzt mit dem Ostereier schon im Bett. Wir haben es jetzt schon halb neun. Heiko ist immer noch da. Keine Ahnung wann es nachher losgeht. Ah, der Moska war eigentlich schon mal unter den Augen. Wir haben im Bett gelegen und haben ein bisschen gekuschelt in Besuchung mit Tino. Bin ich schon ne Weile jetzt schon im Bett. Ich habe eben noch ein bisschen gemalt. Und jetzt will ich schon mal die Muffins vorbereiten für morgen. Da habe ich hier diese Backmischung gekauft. Normalerweise mache ich die immer selber. Aber weil natürlich Ostern ist und ich diese Osterförmchen ganz drollig fand. Und da ist auch halt dieser Zuckerguss mit drauf in grün. Und so ne SO-Platten mit Hasen drauf. Und Tino steht ja tierisch auf grün. Und das auch wenn er Ostern Geburtstag hat, kriegt da halt mal sowas. Für Mädchen gibt es natürlich auch. So. Habe ich auch mit Minimaus gesehen. Aber es ist ja kein Mädchen, es ist ein Junge. Also muss schon grün für einen Jungen her. Na, die mache ich jetzt. Die anderen Kuchen mache ich morgen. Das fängt auch mal an hier mit dem... Leider nix Brötchen. Der Hund. Immer der Brötchen. Immer der Brötchen. Ah naja. Nicht so schlimm. Guten Morgen. Heute haben wir Ostersonntag, den 5.4. Und heute ist Tinos Geburtstag.